so hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren blog auf dem kanal von black white 1000 ja wir haben es jetzt 6 vor 42 auf einem samstag ihr denkt euch jetzt auch digga bist du verrückt warum stehst du so früh auf einen lambsack auf kann ich euch ganz genau sagen heute ist das worlds finale von leech of legends und wir fahren ins kino und ja ich würde einfach sagen wir sind uns gleich auf dem weg zur bahn bis gleich wir sind jetzt mittlerweile in der bahn und ja der schnuchenkiller ist auch mehr dabei ja wirklich guten morgen wir haben es jetzt 7.4 die bahn haben wir auch noch gar so bekommen und ja es tut mir auch leid dass in letzter Zeit weniger wiegels kam da ich im krankenhaus war und am amorten wurde mal wieder ich werde aber fangen ab jetzt mehr videos raus zu hauen was gaming angeht und auch vlogs ich werde versuchen am sonntag ein gaming video aufzunehmen für fortnite weil ein live event stattfindet das wird man auf dem kanal sehen ja mal schauen ob er auch mit dabei ist das weiß ich noch ja 19 Uhr geht es los kann auch sein dass ich jetzt live streamer also guckt einfach auf twitch vorbei link ist unten in der beschreibung und ich würde sagen wir sind spätestens in der stadt wieder oder im kino so leute wir sind jetzt im kino ja das spiel beginnt um ne da beginnt erst die zeremonie ich kann mal zeigen wie es jetzt gerade hier aussieht es geht gut ich würde einfach sagen ich melde mich nach den ersten spiel wieder oder das ähm ja bis gleich so wir sind jetzt in der pick und ban phase derzeit fanatic, via, raum und hubert und infact gaming hat alistar, kamill und sion so in der ersten spiel wieder sein und ich will sagen ich bin gut es wird einfach herrn gesperrt irgendwie so aber die 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 auch ich das die und die 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 Für Fnatic ist auch sehr wichtig, Hilisang hat die Rakan oder Braum gespielt. Die zwei Champions haben, aber auch ein paar andere Picks. Braum mit der Shield ist sehr wichtig für Lane Phase. Rekkles ist ein Marksman, der liebt zu farm-up, sehr defensiv in der Lane Phase. Er hat eine der höchsten KDAs in der Lane Phase, und er hat diese Spielstile gefunden. Und er hat einen Erfolg für ihn. Talking about Marksman. Und dann geht's in der Lane Phase 2. Das ist die Name des Spiel. Rekkles hat viele Sivir gespielt. Jacky hat eine sehr einfache Band für IG zu machen. Fnatic hat auch die Luschen aus dem Board. One of Jacky's favorite Picks, in der Regular Split des LPL. Und auch ein Pick, dass alle in Solo Lane auch mit Flex Luschen spielen. Usually, Jacky Love Picks. Speaking of Jacky Love Picks, ich werde die Kaisers, die in diesem Tournament mit einem Bang hat eher zu einem Wimper. Aber sie haben vieles Setup CC mit dem Plasma und den Plasma und die Jacky Love auch immer noch eine große Karrie in Lane Game. Exactly. Wir können bereits starten die ganze Team Compositions die hier entstehen. Victus Gaming mit einem viel mehr Solid 5.5 Setup mit den Tanks auf der Frontline. Und die Kameel plus Kai'Sa sehr gut at finding Picks throughout den Spiel. Hier auf der Natic Locken in der Gin in Answer für Lane Phase versus Kai'Sa. A lot of early burst damage potential. But this is awesome. Lee Sin. Leckless. And we will see the Lee Sin locked in from Broxa. So much conversation about how well this man has been jungling throughout Worlds 2018. And this has been one of his signature picks. Exactly. The Lee Sin has been amazing for Fnatic and Broxa in particular. This man has been the best jungler at the World Championship. and in large part through the creative plays with this champion. So. Das war dann die erste Pickel-Adventure. Also wir sind im Fahen-Game wieder bescheiden. So. Das erste Game ist vorbei. Fnatic has das erste Fall. One gets really 0-1 for Infect Gaming. Ich hoffe im zweiten Game wird's besser. Was sie sich da zusammengespielt haben geht einfach gar nicht. Und ja. Hoffentlich wird das zweite Game besser. Wir sind im Flaz in der Piglin dann haben wir die Zerrerr und in Flaz. Zyra Rakan Band kommt wieder einmal von IG zu versuchen, Zyra Rakan, und es tut. So IG, keine Veränderung auf die Band-Sides. Erst pick Status für Fnatic wird interessant sein. Sehr unlikely zu sein, die Kaisa, even though Jacky Love hat eine sehr gute Spiel in Game 1. Es gibt viele Flex-Pick zur Verfügung. Es gibt auch die Alistair, sie werden über Alistair schauen. Diesmal haben sie eine Erst-Pick für die Uragan. Aber sie schauen über den zweiten Räumen in Game 1. Es ist noch ein Flex-Pick. Sie können auch in die Top-Lane oder Mid-Lane gehen. Sie können auch nicht wissen, und Wippo hat sich ein paar gute Feier zu haben, vor dem in Game 1 zu Ende. Natürlich, sie waren so weit hinterher, sie haben sich nicht mehr Angst vor, vor allem nicht mehr zufrieden. Aber wir sehen uns, wie das hier in Game 2 verändern kann, als Invictus Gaming sieht, zu gehen für die Alistair wieder einmal. Wenn ich meine G, dann immer die Alistair wieder einmal probiere. und das eine Schreiber wieder einmal probiere. Das ist eine Schreiber, die wir wissen, dass Reckless möchte, zu defaulten. Ich weiß, was die Aurelia ist. Das ist noch nicht möglich in diesem Spiel. Die Schein hat nicht in diesem Spiel gespielt. Es ist nicht so gut, es ist nicht so gut, aber es ist so gut. Aber es ist so gut. Ja, es ist so gut. Das ist Gaming piloting die Irelia. Ich liebe es, wenn ein Team beats ein Team auf eine Pick und dann es sich gegen sie gegen sie im nächsten Spiel. Es ist wie ein, wie es das zu tun ist, kind of Ding. Und es könnte sogar ein Reverse Match-Up depending auf IG-Wan-A-Ban-A-Way wie die Lissandra. Of course, Flexibility für die Irelia in der Top-Lane. Aber wir sehen bereits die Leis-In-Broms sehr stark Dior und Pixie-Wan-A-Decke für ihre Play-Making. Wir haben auch über ihre Jumbo-Support Dior Wir haben zu emulieren und ich habe auch die Lissandra-A-Ban-A-Way und ich habe auch die Soler-Lanes aber ich denke, sie wollen nicht das. Das ist ein interessantes Mal. Wir wissen, dass die Lissandra macht die Lissandra-A-Ban-A-Way aber es ist kein das Lissandra-A-Way könnte eine Soler-Lane sein. Ja, das ist das Lissandra-A-Way sehr gut könnte sich die Flex-A-Way Ich liebe es in der Luft Das ist das wäre die Option Nummer 2 für die Bottom-Lane mit Alistar eine sehr gute Lane Partner und sie können vieles Druck die Lissandra-A-Way von Rekkles hier und sie wollen ihn auf der Champion er hat die Lissandra-A-Way die Lissandra-A-Way von Fnatic das war das wir die 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 Ja, ich denke, ein eher Generalist pick hier, so dass man die Jungle schon mal auf den letzten Sekunden macht Fanatik, die beiden Solo-Laner zu zeigen, Regardless of which one they're going to, first, before they make the final decision. Looks like that Gragas will be locked in there. Alright Fennag, you still gotta pick yourself a solo lane, you still gotta pick yourself that AD Carry. IG was focused on that marksman position in the second half of the band, so let's see where it goes. And it's tricky because you need two lanes that can lane against Irelia and you have that Lucien at the back of your mind. Rekos gonna jump on the Ezreal here, it's been one of his fullback picks. Irelia must not get as shut down by the disarm effect that the Irelia is able to put out. They still need to find that solo lane that Ezreal popped off last time against Cloud9. He's definitely gonna have any fans who have war flashbacks about that one. He's gonna bring it out in the mid lane. What's the result gonna be from IG? Caps made expert use of Divide and Coffrey there from Ezreal. Using his ultimate to knock back a lot of melee threats is gonna be very key when you're facing something like Irelia. So, so 14 years old. Good. Das waren dann die Picks. Wir sind uns nach dem 2ten Game. Gucken wie es dann steht an, bis gleich. So, Game no. 2 ist auch durch. Luis ist schweif an Infact. Wenn sie etwa ein game verlieren, haben sie gewonnen. Fanatic sieht nicht gut aus. Game Nummer 3, hier haben wir die Bannon-Pick-Phase. Das ist ein Interessant-Pick, das ihr nicht zu viel von hier sind. Die Invictus Gaming haben ihre letzten zwei Picks zu machen. Sie sehen die Jacks. Look at that, 100% Win-Rate. Ja, das ist die Werte, wie du siehst. Ignorieren, wie viele Typen du hast, aber... ...at least ist es ein Win. Ein Spiel, ein Win, das ist ein guter Wettbewerb. Jakie Love ist zu spielen. Und Galio ist in für Nige. Ich war über das Galio in der letzten Runde, weil es so gut geht mit der Camille. Und es ist nicht unbedingt die Räufe. Die erste Idee ist, Aatrox-Top spielt Camille Jungle. Sie ermöglicht die beiden, die mit Fanatic spielen. Sie haben ihre Optionen. Sie hat Victor Menn, das spielt in Sohaz. Okay, das war's. So, wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Das Weltfinale ist vorbei. Blue hat verloren. Fnatic-Grip. Ähm, ja, Wander. War eine satte 3-0-Klatsche. Ähm, wir werden nachher noch streamen. Aber ich glaube, das Video kommt ja später an. Das würdet ihr dann nicht mehr sehen. Und ja, wir werden dann auch mal ein bisschen Leute spielen. Vielleicht klappt's für uns besser. Glaub eher nicht. Wow. Was ist denn das denn eigentlich? Wirst du besser spielen? Ja, ich spiel ja schon gleich Supporter. Gut, ich würde aber sagen, ich beende einfach hier jetzt das Video. Wir sehen uns beim nächsten Gaming- oder Vlog-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo. Damit ihr nichts mehr verpasst. Am besten auch die Glocke aktiviert. Da gebt ihr immer eine Benachrichtung, wenn ich ein Video umlade. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.